Musik Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Im Hintergrund seht ihr schon ein Spiel, was ich eigentlich schon am Mittwoch zeigen wollte. Das nennt sich Paladins. Das ist quasi sowas wie Overwatch. Nur meiner Meinung nach in Besser. Weil man eben auch viel mehr Möglichkeiten hat in taktischer Vielfalt. Weil man seinen Charakter besser anpassen kann. Mit Karten, mit Deckbau, mit alles halt. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Das läuft halt im Hintergrund. Ihr könnt es euch angucken. Und wenn ihr Lust habt, davon mehr zu sehen, könnt ihr mir das gerne schreiben. Indem ihr meistens in die Kommentare schreibt. Oder meinetwegen auch ein Däumchen hochgibt oder so einen Scheiß. Ihr kennt das alles. Ihr seid da nicht zum ersten Mal auf YouTube. Naja, die andere Sache ist halt so ein bisschen mal so Revue passieren lassen und überlegen, was kommt denn jetzt demnächst. Wirkt Divinity läuft ja aktuell bei mir noch auf dem Kanal, zusammen mit dem guten Sam. Und das läuft ja jetzt fast zu Ende. Ich glaube, da kommt jetzt noch, ich glaube, noch eine Aufnahme habe ich. Dann kommen schätzungsweise nochmal ein, vielleicht zwei Folgen und dann ist das vorbei gewesen. Die Frage ist, was wollen wir da machen? Ich hatte ja am Montag, glaube ich, in dem letzten Breeze Edge Video gesagt, dass ich ja vorhatte, Civilization zu machen. Das Problem ist erstmal, dass die Aufnahme für heute quasi flirten gegangen ist. Was schon mal bedauernswert ist. Die andere Frage ist, ob es sich überhaupt lohnt. Das Spiel ist ja nun doch ein bisschen älter, weil es Civilization 5 ist halt nicht der neue Teil, der 6er Teil, weil der gefällt mir halt nicht. Was soll ich machen? Der gefällt mir halt einfach nicht. Da kann man nichts gegen sagen. Ich wollte halt Civilization 5 machen, weil es eigentlich im Prinzip ein tolles Spiel ist. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt dazu, ein Let's Play zu machen, um ehrlich zu sein. Da bin ich mir noch unsicher. Ansonsten habe ich jetzt gerade das Problem, dass ich gerade nicht weiß, was ich machen soll. Effect Divinity ist gleich vorbei und das heißt, dann wären ja so gesehen zwei Let's Plays, die ja dann nicht mehr da sind und dadurch nichts mehr kommt. Also mein erster Gedanke war halt, deswegen zeige ich ja euch dieses Video hier im Hintergrund, eben Paladins ein paar Videos zu machen. Halt kein Let's Play, das macht keinen Sinn. Problem ist, es wird wahrscheinlich mehr so eine Art Single-Spiel sein, weil ich kenne nicht genug Leute, die Bock drauf hätten, das mit mir öfters zu spielen und so weiter. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Aber gut, es ist halt so. Ich meine, es kann nicht jedem jedes Spiel gefallen, das ist halt so. Ist halt normal, ne? Also, wem gefällt schon jedes Spiel? Das wäre ja unrealistisch. Deswegen jetzt einfach mal so in die Runde gefragt, was hättet ihr denn Bock, dass ich das euch mal zeige? Also deswegen, es wird auch kein schon langes Video, das im Hintergrund läuft ja auch relativ schnell. Das ist ja zusammengekürzt quasi auf ein paar Minütchen. Deswegen jetzt einfach mal die Frage, wollt ihr irgendwas Spezielles von mir sehen? Also Spiele, die ich vielleicht habe oder die vielleicht nicht teuer sind, kostenlos sind oder so weiter. Jetzt kein AAA-Spiel, von dem ich 60 Euro ausgeben müsste oder so, das möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Aber wenn ihr einfach Wünsche habt oder so, dann haut das einfach mal in die Kommentare rein und sagt mir, was ihr vielleicht sehen wollt. Deswegen, tippt schnell los, ja? Ich hoffe, ich habe jetzt mein Computer nicht geschrottet. Und dann tippt einfach mal und dann haut raus, ne? Deswegen, das war es schon wieder. Es wird auch kein anderes Video mehr heute geben. Also genießt die Spielszenen. Und dann bis zum nächsten Mal. Cheerio! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.